Anna und Hans sind ehrenamtliche Gruppenleiter in einer Stuttgarter Kirchengemeinde. Sie gehören zur Evangelischen Jugend Stuttgart. Anna und Hans haben großen Spaß bei Aktionen mit Kindern und Jugendlichen. Sie sind daran interessiert, was andere Jugendmitarbeiter an anderen Orten in Stuttgart zu machen und möchten über die Jugendarbeit in Stuttgart mitentscheiden. Dafür gibt es das Forum. Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich hier aktiv einzubringen. Beim Forum können sich Anna und Hans Ideen für ihre Jugendarbeit vor Ort auf einem Marktplatz holen und bei Themen der evangelischen Jugend mitbestimmen. Sie haben auch schon eine Projektidee, die sie gern beim Forum einbringen wollen. Auf dem Forum treffen Anna und Hans viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige kennen sie schon von gemeinsamen Schulungswochenenden. Anna und Hans freuen sich besonders auf das Konzert von Lifetapen. Bei der Wahl der Vertreter in den geschäftsführenden Ausschuss können alle Anwesenden abstimmen und sich zur Wahl stellen. Der geschäftsführende Ausschuss ist das Leitungsgremium der Evangelischen Jugend Stuttgart. Alle ab 14 Jahren können sich zur Wahl stellen. Hast du Lust auf Ideenaustausch, Mitgestaltung, Mitentscheiden und Begegnung? Dann komm am 21. April zum ersten Forum der Evangelischen Jugend Stuttgart. Weitere Infos findest du unter www.egius-online.de